Unsere Minecraft und Multiplayer-Projekte werden euch präsentiert von GameX, Server-Power von Gamern für Gamer, mehr Infos unter GameX.net Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Feed the Beast, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich wollte eigentlich farmen, aber ja, das wird wohl eher zur Monster Act. Ja, mit dabei ist wieder der Tobi, und der Six, ja, ich bin auch dabei, und der Six, der ist in der letzten Folge dazugestoßen, aber der ist jetzt erstmal eine rauchen. Also wird er in exakt dreieinhalb Minuten wieder da sein, so hat er es mir gesagt. Und wir schlachten jetzt erstmal hier die Viecher. Ist jetzt schon wieder Nacht? Gibt's das? Huh, Zombie-Brain. Ähm, ja, das gibt's. Dann siehst du mal, wie lange du letzte Folge gedrödelt hast. Ja, ich merke's gerade. Die Folge geht rum wie im Nu. So, jetzt machen wir mal ein gutes Farm hier. Explodier sie! Ja, toll, der Basalt geht ja gar nicht hoch. Hast du letzte Folge die Kommentare gelesen? Nein. Letzte Folge, die ist noch gar nicht oben. Von Folge 17 meine ich. Folge 17. Üh, gute Frage. Meistens machte ich immer das. Ja, wo ich erst mal dabei war. Achso, ja, die hab ich gelesen. Warum? Ähm, da schrieb einer, ähm, von wegen, ja, Tobi soll weiterhin dabei sein, und er soll mehr schlechte Witze erzählen. Du, schlechte Witze? Ja, dann erzähl mal einen. Soll ich mal einen erzählen? Ja. Einer, der bitte nicht rassistisch, feindlich gegen irgendwas oder so ist. Aber, bist du sicher, dass ich einen erzählen soll? Ja. Sicher, sicher. Ja, mach, äh, te. Du könntest schon fertig sein. Ich hab mir, ich hab mir so überlegt, dass wir eigentlich jede, oder, dass ich jede, ähm, Staffel einen schlechten Witz erzählen könnte. Halsch? Mhm. Dass du garantiert in jeder Staffel dabei bist. Nee, nicht nur das, dass ich einfach meinen Ruf beibehalte. Achso, ja, das könntest du machen. Also, erzählst du den Witz am besten am Ende von dieser Staffel. Okay. Ja. Das macht einen guten Cliffhanger. Soll. 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 ist ja schon die nächste Folge Staffel Ende wer weiß Stub du hässliches und muss die Spinne ach die habe ich auch wieder da wie wie groß und was sehr schnell Tobi hat gerade beschlossen erzählt jetzt jede Staffel jede Staffel Ende ein seiner tollen Witze er will sein Ruf beibehalten gut und ich komme mir irgendwie nicht zum Fall und noch ein Kripo und es kann noch nicht wahr sein explodiert ja ich habe gerade das Loch vom letzten Creeper gestoppt und dann kommt der nächste ich habe gerade das Loch vom letzten Creeper gestoppt und dann ist er neu gekommen und hat es wieder aufgerissen oh oh Du hättest es ja gar nicht stopfen müssen ja richtig so soll ich die Lava hier mitnehmen? Kann ich die Lava überhaupt mitnehmen? Nein natürlich nicht dann baue ich einfach mal ab und das wird jetzt wieder sehr spannend wenigstens habe ich jetzt mal genug Level zum dann nachher meinen Rucksack äh um zu benennen nein irgendjemand hat bei mir geklopft aber es geht gerade nicht so jetzt war ich ach so so die Folge geht noch 10 Minuten und die wird wieder sehr spannend das ist ein Creeper mal aber auch war die weg die weg auch dringen was zu futtern dann wohl die was die Barriere mal eine Rüstung dann bau die eine in der in der Kiste sind genug Backpotatoes und Rüstung Baustier toll ich habe Pfeil im Schäde Was? Fuck, siehst du's? Hilf mir! Siehst du's? Hilf ihm! Ja, wo bist denn? Bei meinem Haus. Ich hab ein halbes Leben. Tobi verreckt, Tobi verreckt. Danke. Wie er vor der Spinne da vorne rennt. Wie so ein kleines Mädchen. Ach rüber. Scheiße. Hier stoppst du's. Ach he. Die sind aber sehr explosiv hier. Ja, ja. Ja, ja. Das... Ich glaub ja eh, du hast auf Hardcore gestellt. Kann das sein? Ähm... Ich hab mal auf 1 gestalt. Ich weiß nicht, was 1 bedeutet. Na, 1 ist eigentlich normal. 1. Ist das nicht einfach bloß normaler Survival-Modus? Nee. Du kannst ja... Du kannst es entweder als Hardcore, Peaceful, Normal oder so eingeben. Äh, Difficulty. Bin ich halt grad normal. Ja, dann müsste es normal sein. Ist es, oder wie? Nee, aber ich weiß nicht, ob er das übernimmt. Ach so. Bin ich OP? OP-Player? Wahrscheinlich schon, wenn's dein Server ist. Stimmt, friedlich. Nee, das übernimmte nicht. Nee, friedlich, das ist Peaceful, das ist nix. Ja, das übernimmte er so nett, also bin ich kein OP. Ja, dann ist egal. Ist irgendwo ein Zombie. Toll. Krieg-Zombie. Hat ein Slash vergessen. Ein Slash vergessen. Ein Slash vergessen. Ein Slash. Ach, siehst du es. Ja, ihr habt no Permissions. Tobi. War schloss, Tobi. Du willst doch Thumbnails machen, oder? Ach so. Danke fürs Erinnern. Oh ja. Ich hätte hier ne Spinnen. Nein. 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 Okay, dann töte ich ihn. Ich hab den Enderman angeguckt. Komm her. Komm her. Na komm her. Na los. Na komm. Wo ist er? Na komm her. Na komm. Stopp doch. Ha. Ha. Schon die erste Ender-Perle. Bin ich nicht gut? Ja, bin ich. Nö. Wiss ich nicht. Doch bin ich. So. Die Monster sterben wir jetzt eh gleich jetzt wieder mal. Okay, so sind sie aus. Und auf eins müsste er eigentlich normal sein. Ja. Ja. Das spawnen auch welche. Das müsste eigentlich normal sein. Ja gut. Und zwei müsste dann schwer sein. Null ist aus. Eins ist normal. Und zwei Hardcore. Dann lassen wir mal eins. Und easy? Gibt's auch 0,5 oder so? Keine Ahnung. Ich glaub nicht, dass es 0,5 geht. Glaub ich auch nicht. Wär auch zu einfach. Ja, wie viel haben wir denn? Ne, das ist noch nicht genug. Ich will mehr. Bäh. 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 Hm. ăăăăăăăăăăăăăă� מאוד. Heăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăße. der Tobi dann seinen Witz. Vielleicht. Das nächste Folge schon letzte Folge. Vielleicht. Ich weiß. Könnte sein. Vielleicht ist es auch die Übernächse. Wisst ihr, wo ein Fichtenwald ist? Ein Fichtenwald. Also bis drei geht's. Null bis drei. Ne, weiß ich nicht. Ich erzähle mal, weiß ich leider nicht, Tobi. Schön, wie es mir oben rechts anzeigt. Holztür. Ja, das ist praktisch. Kann man die Säge ausleihen, die Motor-Säge? Ja. Ist sie noch da? Die ist bei mir im Haus. Der schnorrt sich alles. Habt ihr das ja nixens schon Upgrade macht für die Motor-Säge? Nein. Wo ist denn das Portal hin, dass man zu deinem Haus kommt? Im Haus? Ne, auf dem Dach. Das ist neben deinem Bett. Auf dem Dach ist nix. Na dann ist es im Haus. Ach ja. Ich kann nicht mal effektiv abbauen, wenn ich das jetzt weg mache. Ist ja fast leer. Ja. So. Ach na eben, die Lava geht ja bis nach unten zum Grund. Ist ja ein Vulkan. Stimmt dir? Okay, ähm. Wisst ihr, wo ein Fichtenwald ist? Immer noch nicht, nein. Aber du kannst mal Richtung Norden. Ja, da haben wir noch nicht erkundet. Wo jetzt? Ja, oder hast du schon einen gesehen, Sigs? Ähm, ich hab Fichten, glaub ich, schon cold, aber das war nicht Richtung Norden, sondern... Südwesten, glaub ich, so. Ja, da haben wir Dschungel, äh, Sums. Okay, anscheinmal kurz so bei denen in den Toren, ob vielleicht sogar Saplings da sind. Wenn nicht, dann laufen wir noch Südwesten. Der Tobi, der will ja immer dieses, äh, Russi Karnevals. Würdest du die andere Portal-Gun haben? Wie bitte? Möchtest du die andere Portal-Gun haben? Ja, das wär cool. Dass du gleich wieder, da ich wieder hier bist dann. Ja, das wär ganz gut. So. Wie viel haben wir denn jetzt? Fünf Stacks fast. Das müsste dann erstmal reichen. Okay, danke. Solche, äh, äh, Saplings sind leider nicht da. In die Richtung meintest du dann, oder? Hier. Oh! Boah, die Drecks Tür. Ja, hier in die Richtung. So schräg. Okay, dann schau ich da mal hin. Du weißt ja schon, dass da Meer ist und Inseln, also. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Ja, ich laufe jetzt einfach mal da lang. Wird schon irgendwo einer kommen. Jo. 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 Dann hab er erstmal genug. Muss das nur brennen. Und das hör mal in die Kiste. So. Das kann nur hier mitreden. Rein. Hier mit drin. Äh, wo war'n das? Hier? Ja. So, meine Herren. Dame. Wo war'n ich vorhin eigentlich auch Rüstung bauen? Also, was so viel nur? Hm. Geht das? Das geht nicht, ne. Geht mir? Ne, geht nicht. Du kannst die Rüstung bauen aus... Aus Brosse. Na, nicht aus Brosse. Das reingebigst. Da kann man aber. Ja, aber wir haben... Ich kann doch die Diamanten nehmen. Ja, bestimmt. Baust ja am besten eine aus Eisen. Da kann's ja mal nur mal meinen und gehen. Und ich hol mir mal meinen Beutel. Welche waren jetzt das? Schwarz. Das ist ein Dschungelwald. So. Wo haben wir den? Äh, da war's. So. Den nennen wir jetzt... Blue Keys. Blue Keys, genau. Lucy. Nicht Lucy. So. Perfekt. Da kann man die gleich mal reinhauen. So. Ah, hier aus... Rubber krieg ich doch auch dieses Holz raus, oder? Dschungelholz kriegst du da raus. Mhm. Echt? Ja. Ja. Ja, stimmt. Doof. Hä? Haben wir schon drei Brutel ganz? Zwei. Echt? Kann man die also doch mehrfach verwenden. Pro Spieler. Ja, ich hab meine jetzt an Tobi gegeben. Ja. Und Tobi hat sich hier am Haus eins hingesetzt, gell? Das kommt auf die Portalgang drauf an. Wenn die so einen Porkchop oder eine Potato dran hat, dann kann jeder Spieler seine eigenen schießen. Wenn es noch eine normale ist, ohne Upgrade, dann hat die bloß zwei Portale und die nimmt jeder Spieler. Ja, aber das grüne und lila, das gehört mir, die hab ich da hingesetzt. Ja, genau. Jeder hat seine eigenen Farben. Für immer sind die jetzt festgesetzt. Geil. Aber es gibt glaube ich eine neue Portalgang, dann kriegt man nochmal zwei Farben. Okay. Okay. So, hab ich ja auf dem anderen Server dieses große, den Portalraum gebaut. Ja, ja. Hab ich andere Spieler kommen lassen, weiß. Aber ich dachte, das wär nur mit, ähm, Dingens. Oh, hä? Wer haut hier wieder alles rein? Ja, ich dachte, das wär nur mit, ähm, mit... Das wär halt, das wären halt alle einmal, dachte ich. Da auf dem Server. Von dir. Dass halt jeder da ein, ähm... Dass halt jeder Spieler da sein eigenes Portal geschossen hätte, mit... einer anderen Portalgun halt. Ne, ne, das war alles mit einer. Ja. Später, dann haben wir aber eine zweite gebastelt, mit so einer Kartoffel vorne dran. Hm. Six, da hast du nen Rucksack. Bloß eine. Oh. Entschuldigung. Oh. Mein Handy lobt mich schon wieder, dass ich gut trainiert hab. Ja, ähm, wir bedanken euch wieder... Wir bedanken euch wieder dafür, dass ihr zugesehen habt. Wir bedanken euch. Ja, wir bedanken euch. Ähm, freuen uns, wenn ihr das nächste immer wieder einschaltet. Da kommt ja dann der Witz vom Tobi, vielleicht. Wann diese Folge kommt... Äh, la, 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 la... Mal, halt, bevor du dich verabschiedest, wie benutze ich den Rucksack? Rechtsklick? Rechtsklick. Wenn du's in der Hand hast. Gut, okay. Fast. Und dann, wann die Folge kommt, seht ihr im Sendeplan, www.tv.garderole.de Lasst eine Bewertung da und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, hier bei Feed the Beast. Bis dahin, ciao Leute. Ciao. Servus.